hallo julian let's go let's go let's go dude ich würde sagen wieder leaving wieder ins haus ich gehe ins große was ist es bei mir landet also bei dir landet was freud bei dir ist was gelandet neben dem haus ja ich habe keine waffe ich glaube jetzt ein haus weiter ich probiere ob ich was machen kann okay sind die wo sind die julian geh du weg julian geh du weg julian du bist bei mir julian ist bei dir ja ich dachte er geht weg über die am dach einer noch keiner noch keiner noch keiner noch keiner noch keiner noch einer da auf dem dach gegenüber aber noch haben auch keine sheet break nichts aber keine plates nein ich gehe weg ich gehe weg nein ich bin von hinten gestorben ich bin von hinten gestorben wir müssen überleben die push netz push netz push netz einer ist einer ist schon bei mir im haus der hat schon klassen oh nein julian nicht 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 sieben sekunden oh mein gott also die kommen immer von der seite und so die landen immer da die kommen rüber zu kontrol die kommen okay julian bleibt in der luft mal also kaum will die in der luft bleiben einfach ich ziehe ich ziehe auch durch von kontrol ich werde von hinten angeschossen ich bin worden ich habe ein die pushen nicht beide okay wir müssen wir müssen jetzt ein bisschen zählen weil julian geht rein mit heli hier ist einer bei mir der kämpft bei mir den loadout ab aber wir müssen auf jeden fall weg vom prison jungs ja safe oder wenn dann mal einer maximal ja ne ne julian geh irgendwo weg vom prison weil hier ist echt kritisch ich versuche ja piks äh zu bekommen ok wenn du mehrere selbst hörst dann weißt du es ist vorbei ich bin noch prüssen ich habe keine muni ich habe keine muni ich habe freud weg weg oder ich gehe weg von dir ich gehe weg von dir ich weiß das nicht der war irgendwo in der luft ich würde sagen immer bleibt eine luft dann geht der andere rein das glaube ich auch gut ich bin jetzt prüssen drin doch prüssen dach hier auf der anderen seite hier ok ping weiter kommt er ja er kommt jetzt hier in Richtung Mitte ich kann nicht markieren hier ist einer auf jeden Fall ist eine leere es sind zwei wir gucken in die andere Richtung aber wir gucken beide in die andere Richtung ok ok gucken beide dann jetzt kommen sie langsam zu dir einer street break genau da beide genau da die müssen jetzt move'n die müssen jetzt move'n nach hinten nach hinten nach hinten nach hinten nach hinten ok ok lass jetzt das Dach halten ok vor mir ist einer vor mir ist einer nach hinten er hat chip break da ist unter uns der letzte hält einer die tür jungs 1 1 wasser tun gelandet jungs eine musste auf jeden fall die tür bei euch halten hier landet einer hier hinten aus autos und ist er gelandet auf ping ist er gelandet weiß nicht was er macht der wird wahrscheinlich überleben der ist hier gelandet der wird überleben für seine mails einer ist hier unten unter euch unter euch zwei die kommen hier hoch die kommen hoch jungs die kommen hoch ich gehe nicht rein nein das ist einfach selbst kommt mal zu mir jungs oder also richtung hier oben sind welche ihr müsst ihr unten raus und links weg würde ich sagen oder rechts weg jungs wenn dann jetzt geht irgendwie weg die sie hier ist wer ok deutsch für du safe habe die muni jungs ja ich habe muni hier liegt muni ok hier liegt hier liegt warte warte ich gehe runter schon ok hier drin waren nämlich safe welche lasst einfach unten drin bleiben und warten bis die raus gemessen oder klasse kämpfen ich gehe hier rechts rum macht die türen zu macht die türen zu macht die türen zu macht die türen zu jetzt platzierung ist wirklich wichtig wenn wir jetzt mal zwei bekommen wäre stark ich schaue fenster ok schaut einer meine tür und andere ich schaue die ich schaue die ich schaue die hier ich schaue noch mal hinter uns ok wir haben auch posi und alles hat jemand gasmaske gefunden hat ja stark einer schluss gasmaske wird weg sein bei juli gasmasken kann man nicht gasmasken inzwischen äh ja er kommt rein ich gehe raus ok übe uns werden die sein ich warte ich warte ok stepp ist draußen einer hustet oder juli musste juli mussten juli das juli die Die sind oben, die sind schon in der Zone, die sind schon in der Zone. Let's go! GG's, let's go, Jungs. Das ist es! Ja natürlich, ich bin doch da, Junge! Hallo! Ich bin doch da, mein Bester! Was ist eigentlich los bei euch? Maxi, ist alles okay? Ja natürlich, Bro! Was hast du gegessen, Frau Katz? Kannst du mir das mal schicken? Ich trink gerade White Food, mein Bester. Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Das ist ja der Unruf, der sagt! Ja, ja, ja! GG's, GG's, Jungs! Ja, ja. Ja, ja! Da, ja! Ja, ja! Ja, ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017